Joey, hörst du das? Ja, nicht so gut. Aber ich glaube, die ZuhörerInnen haben gekürt. Ich auch nicht. Nein, ich bin sauer. Weil? Das hätte einen richtig geilen Knack geben müssen. Aber es war ein lausiges... Was ist das? So ein Matschknack. So eine Matschekacke war das. Ich habe mir vorhin so eine richtig geile Packung so ein Glas Cornichons. Oder wie spricht man das aus? Gewürzgurke heißt das, du olle Blöde. Ja, aber guck mal, wie spricht man das wirklich aus? Ich höre das so oft komplett unterschiedlich. Manche schreiben Cornichons. Cornichons? Ich weiß das gar nicht. Sorry, aber bei den Gläsern, die ich kaufe, steht Gewürzgurke drauf, Julia. Echt jetzt? Nee, also ich kaufe die guten Cornichons. Die kleinen Minigurken. Ich habe das noch nie gesehen. Was ist Cornichons? Und die hier sind aber einfach nicht knackig. Was ist das, Julia? Ich verstehe es nicht. Hä, das sind Gewürzgurken? Ich habe das noch nie im Kühlregal gesehen. Nee, im Normalregal steht das. Hä, willst du mich verarschen gerade? Ich schwöre, ich kaufe nur Gewürzgurken. Ja, aber du kennst doch die kleinen Packungen davon, oder nicht? Die kleinen Minigläser? Nee, weil... Das sind keine Gewürzgurken. Ich kaufe immer nur die großen Gläser, weil ich mir denke, da ist mehr drin für weniger Geld. Du Sparfuchs. Das stimmt, da ist mehr drin für wahrscheinlich auch weniger Geld, aber das sind dann halt auch diese Riesen-Oschis. Diese Riesengurken immer. Wir lieben doch Riesen-Oschis, oder? In allen Belangen. Ja? Nee, in allen Belangen nicht. In dem Belang der Gewürzgurken mögen wir das nicht. Ist das so? Da lieben wir die kleinen Knackigen. Die schmecken nämlich tausendmal besser. Die kleinen Knackigen, die dann aber auch noch so ein bisschen mit Chili angereichert sind, dass die so ein bisschen scharf sind? Das wusste ich doch, dass das dein Ding ist. Die hatte ich letztens nicht. Genau, ich habe jetzt leider nur die mit Kräutern verfeinert. Die sind theoretisch auch gut, aber die knacken halt nicht und dementsprechend ist eh alles Arsch gerade. Aber normalerweise die Cornichons oder wie auch immer sie genannt werden, die knacken, oder wie? Die knacken. Die haben zu knacken. Und ich war wirklich, ich war so hyped vorhin, dieses Glas aufzumachen. Ich habe so lange keine Cornichons mehr gegessen. Ja. Beiß ich da rein? Nix. Höre ich gar nix. Aber also für dich ist es wichtig, dass die klein sind, die Gewürzgurken, und dass sie so richtig fest sind, dass so ein Knackgeräusch entsteht, wenn du reinbeißt. Das ist so dein Ding? Das ist dein Grind? Absolut, das ist mein Grind. Kleine Knackwürstchen. Gürkchen. Äh, ja. Ich bin auf dem ganz falschen Pfad abgewogen gerade. Kleine knackige Würstchen. Ich meinte Gurken, ja genau. Es gibt doch von diesem... Aber bei Würstchen ist es auch anders. Es ist genauso. Kennst du so diese wabbligen Bockwürste? Also ich esse ja kein Fleisch mehr mittlerweile so, aber... Nee, also ich muss sagen, dieses ganze Wurstuniversum, das war noch nie mein Ding. Also von Mettwurst über Wienerwurst bis zur Bockwurst habe ich nie wirklich Lust daran empfunden, in so ein Ding reinzubeißen. Ja, can't relate. Ich liebe Wiener Würstchen, vor allen Dingen die, die so knacken. Und deswegen mag ich auch keine vegetarischen Würstchen, weil die knacken nicht. Ja, ja, stimmt. Ja, aber dadurch, dass ich auch die Fleischvariante früher nicht so geil fand, esse ich auch die vegetarischen Alternativen nicht. Das spielt bei mir irgendwie nicht so eine wichtige Rolle. Aber was ich, als ich Fleisch gegessen habe, richtig geil ab und zu fand, waren diese kleinen, sehr, sehr harten Knackwurstchen, die so geräuchert sind, weißt du? Aber ich glaube, Knackwurst ist für dich ein anderer Begriff als für mich. Diese Knacki-Kackis. Ah, du meinst... Ja, aber du meinst so Mettwürstchen, oder? Wahrscheinlich heißt das bei dir Mettwürstchen. Bei mir heißt es halt Knackwurst. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das finde ich richtig ekelhaft. Diese groben... Ja doch, die, die so salzig auch so sind, weißt du? Salzig und auch relativ fest. Ich habe sie nie gegessen. Ich fand die Sahne mal schon ekelhaft schrumpelig aus, die wollte ich nicht. Ich wollte nur die glatten, knackigen. Vor ein paar Jahren habe ich mal solche Würste, wie ich eben gesagt habe, in so ganz, ganz dünn, in vegetarisch oder sogar vegan gefunden. Und die waren so voll ähnlich. Die haben gerochen, wenn du die Tüte aufgemacht hast, original wie Katzenfutter. Aber die haben so geil geschmeckt, Julia. Findest du? Ich habe die letztens, ich glaube, ich habe genau die letztens beim Dreh von Ju noch gegessen und ich fand, die schmeckten auch nach absolutem Katzenfutter. So ekelhaft. Aber hatte das so eine orangene Verpackung? Kann das sein? Ja. Ja. Orange-Grün. Genau. Ja. Von welcher Marke sind die? Ich brauche die. So längliche... Nee, brauchst du nicht. Die schmecken nach Arsch. Die sind so länglich und das bildet auch so eine Wurstkette, wie diese Mini-Winnis, nur in lang und schrumpelig, ne? Ja, ja. Ja, genau. Voll. Geil. Nee, ii. Also ich weiß leider nicht, von welcher Marke die waren. Wir waren in so einem Hit, war das, da haben wir gedreht. Hit war ich auch schon lange nicht mehr. Hit auch komischer Supermarkt, ne? Ja, aber Hit ist tatsächlich super. Also der in Aachen, in dem wir waren, der war echt klasse. Da gab es wirklich so viele coole Sachen. Wir haben ja da gedreht und deswegen musste ich halt auch ganz lange einfach warten, bis so Sachen aufgebaut waren und so. Und ich bin halt durch jedes scheiß Regal gegangen und habe mir jedes Produkt angeguckt. Habe ich in meinem Leben im Supermarkt noch nie gemacht. Kann ich absolut empfehlen. Ist super spannend. Da habe ich Sachen gesehen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Das war mega cool. Und da gab es, da gab es Perlenkouscous, da gab es die coolsten Nudelformen. Also dieser Hit war wirklich der Hit. Ha! Und so Riesenkäse und sowas. Es gab so tolle Sachen. Und dieser Puffkäse, dieser Puffkäse, kennst du den noch? Du hast mir mal einen, Puffkäse? Dabei. Den gab es da. Da war ich richtig glücklich. Da muss ich direkt an sich denken und ich habe ihn auch gekauft. Jetzt hat er die Bock auf gepufften Powder. Ja. Nee, Gauder. Powder! Ey, das passt auch voll gut, dass wir jetzt von alleine in diesem Supermarktkosmos sind, weil da habe ich auch noch eine Frage für dich. Ach, echt jetzt? Aber erst mal zurück zu Gewürzgurken, weil es gibt ja wirklich im Gewürzgurken-Universum richtig viel Auswahl. Ist ja verrückt. Ich schwöre, es gibt so viele Gewürzgurken-Nerds auf dieser Welt sogar, ne? Ja. Und ich kann es nachvollziehen, muss ich sagen. Also erste Frage erstmal, bist du auch Fan vom Gewürzgurken-Wasser? Ist das auch für dich ein Ding oder ist das eklig? Nee. Also es ist nicht eklig, aber ich trinke das nicht. Nein. Aber ich finde es jetzt auch nicht widerlich, dass Leute das trinken. Das ist ja so geil. Hast du das schon mal getrunken? Klar, ich liebe das. Ich habe das ja gerade vor mir. Soll ich es mal probieren? Ich habe das noch nie probiert. Nein. Das schmeckt auch, das ist auch so, wenn du Alkohol trinkst, ist das so ganz geil zu mischen sogar mit bestimmten Sachen. Rob hat mir das, glaube ich, mal empfohlen. Quasi so ein Wodka-Shot und hinterher Gewürzgurken-Wasser. Schmeckt total lecker. Also es war schon krass für mich. Schmeckt besser als die wabbligen Würstchen. Äh, Gurken. Ich liebe ja alles, Junge, ich komme nicht mehr weg davon. Ich liebe ja alles, was so ultra salzig ist und ich liebe auch alles, was so säuerlich ist, so in Richtung Essig. Das ist ja voll mein Ding. Und deswegen ist auch Gewürzgurken-Wasser natürlich total mein Ding. Aber ich wollte dich jetzt mal fragen, weil ich war letztens mit Wolfgang auch in der Gewürzgurken-Abteilung und da meinte er so diese, es gibt so, die sind so eingelegt in so Honig, so Gewürzgurken. Das sind so kleine, kleine Dinger, die sind so in Honig irgendwie eingelegt. Kennst du das? Aber nur Honig oder in? Nee, so Honig-Wasser mäßig. Die sind, oder mit Honig verfeinert oder sowas? Ja, natürlich. Connichons gibt's auch mit Honig verfeinert. Ja, genau. Die kleinen. Ja, aber die gibt's auch in Groß mit Honig und so. Ja, natürlich. Die gibt's mit Kräutern verfeinert, mit Chili verfeinert, mit Honig verfeinert. Ja, und ist das Honig-Ding für dich ein Ding? Ja, mag ich auch. Ja? Ich bin immer wieder auf einem unterschiedlichen Grind, was meine Gewürzgurken angeht. Ah ja, okay. Ich merk schon, du bist da richtig tief drin. Ich liebe die. Weißt du, was für mich das Nonplusultra-Gewürzgurken-Ding ist? Hm. Diese ganz, ganz großen, langen, die in Viertel, Viertel längs geschnitten sind. Ah. Weißt du, die auch noch so lang sind? Die quasi so offen sind. Also offen, weil die ja quasi in Viertel geschnitten wurden. Ja, ja, voll. Und die sind dann so ultra saftig. Diese Dreiecke. Quasi, genau. Die länglichen Dreiecke, genau. Ja. Kann ich verstehen? Kauf ich nie. Nee? Ja. Nee. Ja, okay. Was du an denen so richtig gut findest, ja? Boah, ich werd grad voll abgelenkt. Ich glaub, ey, sorry, Leute. Ich glaub, wir haben gerade übelst das Delay. Ey, ich hab das Gefühl, ich rede dir andauernd ins Wort, aber ich check's nicht. Wir sind das erste Mal seit langem wieder nicht beieinander. Ja, es könnte sein, dass das hier heute ein bisschen schwierig wird. Aber du hast auch irgendwie enorme Probleme mit deinem Airpods, weil immer, wenn du anfängst zu reden, sind die ersten zwei Wörter so leise, dass ich sie nicht höre. Und dann geht die Lautstärke erst komisch nach oben. Und es ist richtig anstrengend, das ist ja zuzuhören, Julia. Super. Das ist ja total schön. Ja. Und hier ging auch gerade... Jetzt kann ich nichts dran ändern. In meiner Nachbarschaft ging auch gerade eine Alarmanlage an, die richtig penetrant ist. Und sie geht einfach nicht aus. Es geht die ganze Zeit so... So richtig, es geht richtig in mein Ohr rein. Super. Da haben wir ja mal wieder perfekte Voraussetzungen für so eine richtig schöne Podcastaufnahme. Boah, das macht mich richtig nervös, ne? So ein richtig penetrantes Geräusch, was einfach nicht aufhört, ist schon krass. Egal, zurück zum Gewürzgurkentalk. Das sind meine Lieblingssachen. Und jetzt muss ich unbedingt nochmal mit dir über den Supermarkt reden. Okay. Und zwar über alle Supermärkte, die es auf der ganzen Welt gibt. Ne, die es in Deutschland gibt. Auf der ganzen Welt bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wenn man in einen Supermarkt reingeht, wo, in welche Abteilung geht man als erstes? Gemüse. In die Gemüse- und Obstabteilung, richtig? Ja. So. Das ist aber total dumm, muss ich sagen. Und genau darüber möchte ich mit dir reden. Oh mein Gott, wirklich? Das finde ich total toll. Ich finde, die sollte kurz vor den Kassen am Ende kommen. Ja, weil, jetzt bin ich gespannt, ob wir den gleichen Grund haben. Weil es ist total scheiße, wenn man seinen Einkaufskorb oder seine Einkaufstasche füllen will. Man hat dann immer das Obst und Gemüse ganz unten und das ist halt das Allerempfindlichste. Und dann muss man immer so richtig eklig rumkramen, dass man die schweren Sachen dann da so drunter machen kann. noch im Nachhinein, weil ganz am Ende kommt man ja erst zu den Scheißkonserven, die dann deine Paprika, deine Tomate, alles komplett zerquetschen. Ja, komplett zermatschen. Guck mal, deine Bananen sind, wenn du die nicht die ganze Zeit konstant immer wieder hochkramst, damit nicht alles draufliegt, die sind braun am Ende. Deine Mandarinen, komplett zerknautscht, alles voll mit Saft. Die Erdbeeren, das ist schon Marmelade. Ja, die Erdbeeren, die kannst du direkt wegwerfen, wenn du die bezahlt hast. Also wirklich, ich bin da letztens und wirklich, ich denke da so oft drüber nach und letztens hat es mich so aufgeregt. Warum ist in jedem Supermarkt diese Scheiß-Obst- und Gemüseabteilung ganz am Anfang? Ich muss auch sagen, dass ich grundsätzlich auch von meinem Gedankengang im Supermarkt, weil oft gehe ich auch ohne Einkaufsliste dahin und überlege mir dann so währenddessen, was ich kochen will. Gemüse ist immer das, was bei mir als letztes in meinen Kopf kommt, zu meinem Gericht. Weißt du, wenn ich jetzt Nudeln kaufe, dann denke ich danach, ah okay, dann brauche ich jetzt noch Tomaten, dann muss ich zurückgehen. Ja, weil irgendwie auch Obst und Gemüse ist immer irgendwie so das Nebending. Das ist nicht so das Präsenteste im Kopf. Ja, also meine Basis bei einem Gericht, wenn ich was kochen will, die fängt meistens mit Kohlenhydraten oder was anderem an. Ja, genau. Und nicht mit dem Gemüse. Das wird drumherum gebaut, was dann am besten dazu passt. Das ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache die Kohlenhydrate für Proteine sind da. Ja, doch, ist auch schon wichtig. Schmeckt auch. Ich mag Gemüse sehr gerne. Also ich finde es auch schon sehr wichtig. Ja, ich liebe es auch. Aber es kommt trotzdem in meinem Gedankengang als letztes. Und deswegen, also einerseits wegen dem Einkaufskorb und vor allen Dingen auch wegen dem Gerichte aussuchen, finde ich, das sollte umgetauscht werden. Ja, ich finde auch. Das sollte ganz ans Ende. Von mir aus nicht ganz ans Ende, aber nah zum Ende hin und vor allem nicht ganz am Anfang. Ich finde, die sollten das wirklich so ordnen, dass das Schwere direkt am Anfang ist, damit das unten ist und man nicht die ganze Zeit irgendwie so Roulette spielen muss mit seiner Tüte, wo man das reinführt. Was soll die Scheiße? Das Ding ist aber, was ich nachvollziehen kann, das ist ja auch immer so ein psychologisches Ding, wenn du in den Supermarkt gehst. Die versuchen ja das Erlebnis so toll wie möglich für dich zu machen oder was auch immer. Gemüse sieht halt am schönsten aus, wenn du reinkommst. Ich glaube auch. Ist halt leider so. Wenn du direkt in die Konservenabteilung kommst, wo irgendwie rechts ein Leberherz ist, daneben eine Dose Erbsen und da hinten noch so ein Kohleintopf von Oma in der Dose. Das ist halt jetzt nicht so einladend. Der Erasko-Nudel-Eintopf, der ungefähr 15 Jahre hält, wenn du ihn jetzt kaufst. Das ist nicht so einladend. Ja, das stimmt wirklich. Ich glaube, da geht es viel oder hauptsächlich ums Auge, dass du dir einfach so denkst, wow, diese Auswahl an frischem Obst und Gemüse, hier fühle ich mich direkt wohl. Und deswegen steht es da. Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, übersteigt halt, also übersteigt nicht die praktischen Argumente, aber übersteigt halt leider irgendwie die Argumente, muss ich sagen. Ja, und wenn es ums Marketing geht, dann weiß man ganz genau, dass das wichtiger ist. Aber, also falls jemand unter euch ist, an alle ZuhörerInnen, der oder die Ahnung davon hat, nehmt auf jeden Fall mal Bezug, schreibt uns gerne in der DM. Scheiße, was wollte ich denn jetzt noch sagen, Julia? Genau. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir beide ja so Typen sind, die gerne mal mit einer Tüte einfach in den Einkaufsladen, also in den Supermarkt gehen. Ja. Es ist ja was anderes, wenn du es direkt in deinen Einkaufswagen legst. Nee, finde ich auch nicht. Weil, wenn meine Mama einkaufen geht, Großeinkauf für die Familie macht, dann ist der Einkaufswagen am Ende sowas von übertrieben proppevoll. Ja, das stimmt. Es werden sogar Sachen unten in diesen Einkaufswagenteil da gelegt, weil es halt schon voll ist alles. Da kommt dann meistens das Klopapier hin so. Aber trotz, also das ist ja trotzdem zuerst reingelegt worden. Ja, das stimmt. Wenn du so einen Wocheneinkauf machst, dann hast du auch irgendwann diesen Moment, wo du deinen Gemüsesalat und Obst wieder umsortieren musst. Trotzdem muss es zur Seite stehen. Einfach nervig. Meine Mama, ja, manchmal hat sie so einen Lifehack, da nimmt sie dann schon so einen Einkaufskorb sowieso mit und packt dann das Gemüse am Anfang schon in den Korb rein und alle schweren Sachen dann drumrum, weißt du? Das ist ein ganz guter Lifehack, aber trotzdem bin ich immer noch Team, mach mal das Gemüse woanders hin. Ja, auf jeden Fall. Oder man geht von hinten in den Supermarkt rein. Ja, aber es geht ja darum, es geht ja um den ersten Eindruck, weißt du? So psychologisch ist wahrscheinlich der erste Eindruck am wichtigsten. Ja, aber wenn wir unseren praktischen Einkauf wollen, dann gehen wir einfach von hinten rein. Es müsste so einen zweiten praktischen Einkauf geben für Leute, die die Praxis viel besser finden als das Visuelle. Es müsste neben der Kasse, neben der Kasse müsste es noch einen extra Eingang geben, das ist der praktische Eingang. Ja, das Problem ist aber, Julia, dass ja dann trotzdem am richtigen Eingang immer noch das Obst ist und du dann quasi zum richtigen Eingang laufen musst, obwohl es das Ende ist. Ja, dann sollen die das irgendwie so rumschleusen, ja, dann geht man halt wieder zurück, das würde ich auch in Kauf nehmen. Nee, oder? Die würde in Kauf nehmen, wieder zurückzugehen. Oder die machen noch so eine Kasse hin für diese Freaks wie wir, wie uns. Für den praktischen Einkauf. Für den praktischen Einkauf. Es gibt einmal den praktischen Eingang und einmal die praktische Kasse. Aber das würde mich wirklich mal interessieren, woran es liegt. Also woran es genau liegt. Ich denke mal, wir sind da schon nah dran. Ja, tausend Prozent deshalb. Ja. Ja. Aber ich, also ganz ehrlich, wenn ich irgendwann einen Supermarkt aufmache, in meinen späteren Jahren, ich werde auf jeden Fall das Konzept der praktischen Kasse und des praktischen Eingangs mit reinnehmen. Safe call. Sehr gut. Ich sag dir, das wird laufen. Okay. So, Jörg, ich habe eine kleine Beobachtung für dich. Okay. Okay. Also, ich bin Wolfgang vor zwei Tagen mega krass auf den Sack gegangen, weil ich so einen Gedankenfurz hatte, als wir zusammen im Auto saßen. Und ich einfach, ich gucke mir sehr gerne Kfz-Kennzeichen an, wenn so ein Auto vor mir fährt. Da guckt man da halt aber auch einfach mal hin. Ja, und ich kenne mich auch relativ, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin gut darin, aber ich kenne mich relativ gut aus, wo so ein Auto dann herkommt. Also, weißt du? Oh, riechen wir da ein neues Quiz? Boah, das war ein richtig langweiliges Quiz, ey. Hä? Finde ich überhaupt nicht. Ja, doch schon. Aber so ein bisschen kennst du dich ja auch aus, oder? Also, zumindest so dieser einbuchstäbigen Kfz-Kennzeichen, da weißt du ja, wo... Ja, natürlich. Das sind ja immer die großen Städte. Ja. Das ist ja, die einbuchstäbigen sind die über eine Million Städte. Die mit zwei gleichen Buchstaben sind die Hansestädte, glaube ich. Oder wenn ein H dabei ist. Ja, aber ein Buchstabe bedeutet nicht über eine Million. Es gibt auch ganz viele unter einer Million, die nur ein Buchstaben haben. Das hat damit nichts zu tun. Sicher? Ja. Ich glaube nicht. Julia, es gibt nicht sehr viele Städte über eine Million Einwohner in Deutschland. Es gibt aber wirklich viele Kfz-Kennzeichen mit nur einem Buchstaben. Hast du recht. Zum Beispiel Nürnberg, Leipzig. Was gibt's denn noch? Ja, hast du recht. Gibt schon viele. Ja, dann ist es halt die größte Stadt, die dann den Buchstaben kriegt. Lass mich doch in Ruhe. Auf jeden Fall wollte ich dich jetzt mal fragen, es gibt doch für dich bestimmt auch ein paar Kfz-Kennzeichen, also wirklich jetzt das, was die Stadt beschreibt, wo das Auto herkommt, die für dich cooler sind und welche, die du eher uncooler findest. Zum Beispiel, was für mich ein ganz, ganz uncooles Kennzeichen ist, ist Siegburg, SU. Also hätte ich gar nicht gerne. So, weißt du? Nee, das hätte ich auch nicht gerne. Aber es gibt auch andere, da ist man auch stolz drauf, das zu haben, oder? Und zwar? Na, Köln. Ich finde, Köln ist das coolste Kennzeichen. Kannst du sagen, was du willst? Ja, ich finde, K ist ein cooles Kennzeichen. Ich finde aber auch S, also Stuttgart, ist auch ein cooles Kennzeichen. Ich finde, B ist kein cooles Kennzeichen und ich weiß nicht warum, obwohl es Berlin ist. Ich finde, B kommt nach Köln für mich an den zweiten Platz. Ich finde, Berlin ist ultra cool. Berliner Kennzeichen, egal was für ein Auto, kann so ein Ola Twingo sein. Da denk ich mir so, wow, aus Berlin. Echt? Ja, ich weiß nicht warum. Nee, ich hab das beim S irgendwie. Nee, beim S denk ich. Obwohl es Stuttgart ist und ich wirklich überhaupt gar keinen Bezug zu Stuttgart habe. Aber irgendwie finde ich das sexy. Stuttgart übrigens auch unter einer Million Einwohner, meine Süße. Ja, es macht keinen Sinn, was ich gesagt habe. Lass uns doch einfach ignorieren. Aber gibt's noch welche? Gibt's noch welche, die dir einfallen, wo du denkst, boah, find ich cool? Weil was ich zum Beispiel auch noch richtig cool finde, ist Leipzig, dieses L. Das sieht total progressiv aus. Hast du das mal gesehen? Progressiv? Das sieht so jung, fresh und so ein bisschen böse auch aus, weißt du? Ja, doch, verstehe ich. Also generell finde ich, die Einbuchstabigen sehen halt logischerweise wesentlich cooler aus. Ja, ja. Ich bin halt an Kennzeichen DO gewöhnt, weil das bei mir überall rumfährt zu Hause und ich selber auch DO hab. Übrigens ganz, ganz uncooles Kennzeichen, muss ich sagen. Finde ich auch gar nicht so uncool. Oh. Dortmund wirklich ganz, ganz uncooles Kennzeichen, finde ich. Dieses DO, voll Panne. Also hätte ich lieber noch BO, weißt du? Wenigstens Bochum. Findest du es immer uncool, wenn ich zu dir komme und du dein Kennzeichen siehst? Nein, das geht schon. Aber ich denke mir schon so, mein Kennzeichen ist cooler, Julia, weil ich hab ein K da stehen. Ja. Aber wie stehen wir zu Düsseldorf? Einfach D? D, obwohl es ein Buchstab ist, irgendwie nicht ganz so, ne? Irgendwie, nee, holt mich nicht ab, muss ich sagen. Muss ich nämlich auch sagen. Das sieht irgendwie zu weich aus, das ist nix. Nee, ich finde auch, das ist einfach, das sagt nichts aus. Ich finde, das hat keine Seele. Ja, genau. Dieses D. Also Düsseldorf wäre ich nicht stolz drauf, wenn ich das Kennzeichen hätte. K und S finde ich sexy. Aber weißt du, was auch sexy ist? Obwohl ich jetzt vollkommen Doppelmoral hier mache. M. So ein Münchner Kennzeichen sieht auch krass aus. Ja, weil es München ist, oder was? Ich weiß nicht, warum, aber dieses M da, das sieht cool aus. Findest du nicht? Ist das so ein komischer Fable von mir? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ja, safe. Du hast immer so komische Fetische. Und Frankfurt. Frankfurt einfach nur ein F sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Oh nee, Frankfurt finde ich, nee. Weil Frankfurt für mich auch ein bisschen, Frankfurt hat einfach so Assi-Vibes für mich. Ja, okay, verstehe ich. Hamburg wäre cool, wenn es nur ein H wäre. Doppel H ist irgendwie auch nix, ne? Ja. Was hat H? Hannover. Hannover. Ah, stimmt. Hannover. Ja. Ja, auch nicht cool. Nee. Allein diese Niedersachsen-Plakete voll peinlich. Aber auch einfach, weil Hannover nicht cool ist. Mit diesem komischen Pferd da drauf, voll Kacke. Oh mein Gott, ey. Ja, nee. Also ich bin bei K und S. Okay, ich bin bei K und B. M auch noch ganz entspannt. K, B, L. K, B, L. K, B, L. Ich hab K, S, M. Perfekt. Ey, Joe, ich hab auch eine Beobachtung. Geil. Hau raus. Und zwar habe ich schon, ich hab diese Liste tatsächlich schon lange jetzt geführt und dachte mir, heute ist der Zeitpunkt, das mal rauszuholen. Oha. Und zwar gab es mal so einen TikTok-Trend, wo Leute darüber geredet haben, was für Namen sie schön fänden als wirkliche Namen, wenn sie keine Bedeutung hätten. Also wenn es keine Wörter mit Bedeutung wären, was eigentlich schöne Namen wären. Und da habe ich mir so ein paar Sachen rausgesucht und ich will jetzt wissen, ob du die auch schön fändest. Warte, warte, warte. Ich muss aber noch richtig verstehen. Also es sind trotzdem Namen, denen man Menschen geben kann? Nein, nein. Es sind Wörter mit einer Bedeutung. Ja. Ja. Sowas wie Kamera. Ja. Aber wenn du das Wort Kamera losgelöst von der Bedeutung nimmst, dann wäre es ein schöner Name. Ein Vorname meinst du jetzt? Ja, ein Vorname. Kamera Schmidt. Genau. Hi, ich bin die Kamera. Und weißt du, bei was das auf jeden Fall der Fall ist? Ja, hau raus. Bei dem Wort Aioli. Aioli? Ja. Warte mal, ist das weiblich? So ein süßes, blondes Mädchen, die dann sagt, hi. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich sehe da so eine hotte Latina. Bei Aioli? Ja. Bei Aioli sehe ich so eine hotte Latina. Doch. Nee, Aioli geht eher ins Asiatische für mich. Boah, das ist gerade voll racist, oder Julia? Oh mein Gott. Nö. Ist ja okay. Ich kann ja auch sagen, dass Latina dann racist wäre. Ich sehe da einfach, wenn ich den über Aioli nachdenke und die Knoblauch-Mayonnaise-Ausklammer, sehe ich so eine richtig heiße Latina, die ihren Ass shakt. Never, Julia. Aioli. Also ich finde, das hat so, ich denke da direkt an dieses japanische Asahi-Bier. Und dann denke ich am ehesten an eine Japanerin. Echt? Ja. Ja, okay, dann kommt das bei dir da durch. Oder für eine süße Italienerin. Nee, aber ich muss auch sagen, Aioli klingt auch so ein bisschen nicht so cool. Das klingt so wie so ein Pferdemädchen heißt Aioli. Weißt du? Bist du? Okay, gut. Okay, was hältst du von dem Namen? Was hältst du von dem Wort Veranda? Ja gut, aber Veranda ist ja auch nah an irgendeinem Vornamen dran. Warte mal, an welchem denn? Aber Veronika? Ja, aber ich weiß auch nicht an welchem. Jolanda? Veronika. 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 Das ist so eine Barbara Schöneberger irgendwie. Die könnte auch Veranda heißen. Veranda. Aber was ist eine Veranda? Das ist so ein Vor, wie heißt denn das? Eine Veranda ist quasi so eine Terrasse vorm Haus. Ja genau, eine Terrasse. Also ein Balkon, der aber ebenerdig ist so. Nee, ist nicht ebenerdig, dann wäre es eine Terrasse. Sondern du gehst so eine Minitreppe hoch auf die Veranda, ne? Genau, nicht ebenerdig, sondern auf der untersten. Ja, so ein Vorbau. So ein bisschen Hochparterre Terrasse. Genau. I guess, ja, genau. Aber du würdest halt, du würdest schon glauben, dass es ein Name sein könnte oder nicht? Aber Veranda klingt wieder so akademisch. Findest du nicht auch? So eine Veranda hat studiert. Boah, denkst du, ich finde so eine Veranda ist eher so eine nervige. Für mich ist eine Veranda eine nervige. So eine dumme Pute oder was? So eine Karen ist das. So eine Karen ist eine Veranda. Aber nee, Veranda klingt doch viel so, weißt du, da ist so viel Schwung in dem Namen. Ha, ich bin ein Veranda. Ja, aber irgendwie glaube ich, eine Veranda würde mir auf den Sack gehen. Okay. Na, Veranda würde ich mich nicht verstehen. Ich merke, ich bin ein bisschen zu übermüdet für dieses Spiel. Ich finde gerade alles lustig, ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass du das so lustig findest, muss ich sagen. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Okay, was halten wir von... Ja, weiter. Sorry. Nee, egal, komm, mach du, mach weiter. Was halten wir von dem Wort Vagina? Ja, Regina. Da denke ich an so eine strenge Regina. An eine Lehrerin denke ich bei Vagina. Ja? Ja, aber wenn man es Vagina ausspricht, nicht Vagina. Ja, es müsste auf jeden Fall Vagina sein, nicht Vagina. Vagina denke ich aber zu sehr ans Geschlechtsorgan, da kann ich mir keinen Menschen vorstellen. Ja, nee, ich mir auch nicht. Aber bei Vagina geht's, oder? Ja, das ist eine strenge Lehrerin, die hat auch eine Brille auf, die hat so einen straffen Pferdeschwanz. Und, ähm... Oh ja, ja, so eine strenge. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Okay, ich habe über Vagina nachgedacht und dann, ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Bogen spannen soll, aber... Sind wir bei Penis, aber als Penis ausgesprochen, oder was? Penis statt Denis? Ja. Ich glaube, ich bin auch übermüdet. Ja. Nee. Ich habe dann über die Webseite Amorelie nachgedacht. Mhm. Und wenn das keine Sexspielzeugseite wäre, finde ich, das wäre ein richtig schöner Name. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne so heißen. Amorelie? Ja, das stimmt. Ja. Da wärst du auch so ein bisschen French angehauft. Das klingt wie so eine richtig tolle... Ja, wie so eine Französin. Ja. Emily Amorelie? Wie so eine elegante, schöne Französin. Ja. Die auch so, immer wenn die in den Raum reinkommt, dann ist so Zeitlupe. Das ist auch so eine, da verliebst du dich sofort irgendwie. Ja. Komplett. Wer sie so einen krassen Blick hat oder irgendwie sowas. Irgendwas an ihrer Ausstrahlung ist so, du bist hin und weg direkt bei Amorelie. Die hat einfach eine Aura, das ist der Wahnsinn, die Amorelie. Ist auch schön, dass du an Amorelie denkst, nur weil du die Vagina gerade im Kopf hast. Ja, well, du. Ich weiß auch nicht. So, und das allerletzte Wort, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber ich kann mir vorstellen, dass das dein Ding ist. Was wäre mit Bueno? Bueno heißt halt einfach nur gut auf Italienisch, oder? Ja, aber ich habe an Kinder Bueno gedacht. Ja, es heißt Kindergut quasi. Ja, Bueno. Das stimmt, darüber habe ich nie nachgedacht. Okay, also wenn ich jetzt wirklich einen Menschen treffen würde, der sagen würde, hi, ich bin Bueno. Das ist der einzige Männer oder maskuline Name, den ich rausgesucht habe. Naja, muss ja nicht maskulin sein. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ist das ein Mann oder eine Frau? Also für mich ist ein Bueno, ist ein Mann. Ja. Ein Bueno würde ich am ehesten assoziieren mit einem Bruno. Du auch? Ja. Ein Bueno hat auf jeden Fall braune Haare. Der ist... Locken. Locken, ja. Braune Augen. Richtig lange Wimpern. Lange Wimpern. Ja. Und ist von der Körperstatur... Kennst du nicht so diese südländischen Typen, die so richtig lange Wimpern haben? Ja, ja, ja. Ja. Aber der ist nicht so, der ist von der Körperstatur nicht so schlagsig. Der ist so ein bisschen, also der ist so ein bisschen gestaucht, ein Bueno. Wie gestaucht? Was heißt das denn? Ich weiß nicht, der hat jetzt keine mega langen Arme und Beine, sondern das ist alles so ein bisschen... Das ist ein kleiner Mann, meinst du, oder was? Ne, nicht klein, aber halt alles nicht so... Nicht so... Ich bin doch eher so der lauchige Typ, weißt du? Ich hab so ewig lange Arme, ewig lange Beine. Du hast aber auch einfach wirklich eine komische Wahrnehmung von dir selber. Nicht lauchig im Sinne von dünn, aber so, weißt du, ich bin einfach ein langer Mensch. Ja. Und ein Bueno wäre eher so ein... Mir fällt das Wort nicht ein. So ein stauchiger. Ja, nicht lang. Ja, ja, doch, ich verstehe, was du meinst. Okay. Ja, das waren meine Beobachtungen von Wörtern, die schöne Namen wären. Es ist cool, das Spiel müssen wir unbedingt weiterführen. Ich möchte noch mehr solche Wörter haben. Willst du nächste Woche deine Namen vorstellen? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich so gut darin bin. Falls ihr Inspirationen habt, Leute, schickt mir die. Ja, jetzt macht das nicht hier wieder leicht. Ja, oder per DM. Ja, komm, oder? Da kommen aber dann Gute dabei rum. Aber ja, ich mach mir auch selber Gedanken. Du darfst. Ist in Ordnung, du darfst. Jetzt, wo wir schon dabei sind, ist es irgendwie komisch, dass wenn man so einen Namen vor Augen hat, dass man auch direkt so ein Aussehen einer bestimmten Person vor Augen hat. Ja, aber ich glaube... Weil man es mit irgendeiner Person, die man schon mal gesehen hat, die so hieß, verbindet. Genau. Das ist total bekloppt, ne? Das ist auch das Problem, warum ich bei ganz vielen Namen, die ich super schön finde, meine Kinder nicht so nennen könnte, weil ich irgendeine Olle kenne, die so heiß, die ich richtig scheiße finde, weißt du? Ja, zum Beispiel, guck mal, wie sieht eine Klara für dich aus? Was ist, wie sieht eine Klara aus? Eine Klara hat... Was für eine Haarfarbe, was für eine Figur? Eine Klara ist blond, hat so Engelslöckchen und diese Ohrringe, die so ein kleiner, dünner Ring sind und da unten drunter klimpert noch sowas, was so die sechsjährigen Mädchen in der Schule hatten, die schon super früh Ohrlöcher gestochen bekommen haben. Das ist für mich eine Klara. Vielleicht hat sie auch noch eine Brille. Also so ein kleines Engelchen, ne? Ja. Aber auch Streber, Streber-Vibes auch. Ja, ja, so ein Streber-Engelchen. Ist für mich eine Klara. Aber bin ich tatsächlich auch im Kopf bei, also wenn ich Klara höre? Also ich denke an, was... Was ist für dich eine Lisa? Ah, Lisa, Lisa ist taffer als Klara, die ist nicht so, die ist nicht so, also die ist emotional stabiler, aber die ist auch blond für mich, Lisa ist blond. Lisa kann für mich beide Haarfarben haben. Und Lisa ist frech. Ich mag Lisa nicht. Du magst Lisa nicht? Ich glaube, ich mag Lisa nicht. Also wenn ich über eine Lisa nachdenke, ist sie mir direkt unsympathisch. Aber ich glaube, weil ich viele Lisas kenne, die mir unsympathisch sind. Deswegen finde ich den Namen Lisa nicht schön. Ich muss halt an meine Friseurin halt denken, ne? Die heißt ja auch Lisa. Deswegen. Ja, stimmt. Die war nett. Lisa ist schon... Ja, Lisa ist eine Nette. Aber bei... Was ist denn für dich ein Torben? Ja, mein Nachbarsjunge, mit dem ich meine komplette Kindheit verbracht habe, heißt halt Torben. Deswegen habe ich nur einen Torben. Der ist aber auch so ein richtiger Torben. Ja, ne? Der sieht genau aus wie ein Torben. Wie sieht Torben für dich aus? Ich bin sehr gespannt, ob du ihn jetzt beschreibst. Torben hat dunkle Haare und Locken. Also hat schon lockige Haare. Aber okay, ja. Stimmt, Torben. Und Torben ist so ein kleiner Adventure-Typ. Weißt du? Der ist nicht so... Der sitzt nicht vorm Computer den ganzen Tag, sondern der ist so einer, der geht vor die Tür. Torben ist einer, der rausgeht, ne? Ja, so ein Outdoor-Mensch ist Torben. Und Torben hat auch immer so ein Ringelt-T-Shirt an. Ach, Ringelt-T-Shirt weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich sehe eher so olivgrün, beige, so die erdenfarbigen Farben sehe ich bei ihm eher so. Ja, für mich hat der so ein Second-Hand-Ringelt-T-Shirt an mit blau, grün, beige und gelb. Nee, weißt du, was bei mir Ringelt-T-Shirt hat... Ja, aber ich glaube, weil er das früher immer anhatte, denke ich das einfach nur... Ringelt-T-Shirt hat bei mir so jemand wie Moritz oder Matteo oder sowas so ein bisschen, auch so jemand mit blonden Löckchen. Könnte auch, stimmt. Aber lustig, ne? Was man direkt für Bilder im Kopf hat. Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob die Leute gerade relaten können oder ob die sich so denken, ja, also sorry, aber führe ich gerade gar nicht, was ihr hier labert. Boah, ja, die Hälfte so, die andere Hälfte so. Vielleicht kennen manche Leute halt auch nette Lisas, ne? Ja. Ich bashe gerade irgendwie gegen alle Lisas, die ich kenne. Das stimmt nicht. Ich kenne auch nette Lisas, aber ich kenne mehr Scheiß-Lisas irgendwie. Gibt es noch einen Namen, auf den du so einen richtigen Abturn hast, wenn wir jetzt schon dabei sind? Aber ich überlege auch gerade, ich weiß es auch gerade noch nicht. Also unabhängig davon, dass eine meiner besten Freundinnen so heißt, dich meine ich nicht, Jenny beziehungsweise Jennifer. Also Jenny heißt nicht Jennifer, die heißt wirklich Jenny. Aber den Namen Jennifer, da kann ich kotzen. Ja, Jennifer finde ich irgendwie cool. Aber Jennifer war halt auch die, die mich in der Grundschule komplett tot gemobbt hat, ne? Deswegen mag ich halt auch Jennifer nicht. Ja. Ah, okay. Jennifer mochte mich gar nicht. Jennifer war immer gemein zu mir. Also ich habe jetzt keinen so Hass-Namen mäßig, tatsächlich. Nee? Nee, aber ich hatte auch nie so einen… Also bei dem Namen Jennifer kriege ich Hautausschlag. Doch, Johannes finde ich kritisch. Mmh, okay. Johann, ich kenne einige Johannesse, die waren einfach nicht so gut zu mir. Ah, du denkst jetzt auch an die Namen von den Leuten, die dich nicht so gut behandelt haben früher. Ja, aber ich glaube, wenn es um die Frage geht, dann denkt man am ehesten an sowas, ne? Mhm. Welchen Namen findest du gar nicht schön? Grundsätzlich? Ich muss sagen, so nicht unsympathisch, aber ich würde mein Kind einfach niemals Sabrina nennen. Das geht nicht. Ich mag den Namen Christina auch nicht, irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Oh ja, und? Ich würde mein Kind auch niemals Christina nennen. Ey, das ist so schlimm, was ich gerade mache. Wir müssen gleich auch die Namen sagen, die wir ganz toll finden, okay? Nee, ey, es gibt so viele Christinas, die gerade zuhören. Und weißt du, wen es auch ganz, ganz viel gibt? Ja, aber Christina ist bestimmt total nett. Sie kann ja auch nichts dafür, dass sie Christina heißt. Und sie ist ja, also, ja. Ich würde mein Kind auch niemals im ganzen Leben Leonie nennen. Das finde ich auch, oh mein Gott, niemals könnte ich meine Tochter so nennen. Nee, ich auch nicht. Aber meine, nee, meine Großkussi, nee, die Tochter meiner Cousine, was ist das? Naja, so eine Verwandte von mir, verwandtes Kind, heißt auch Leonie. Von daher, also, ja, ist halt einfach so. Aber die mag ich, ist eine nette. Würdest du dein Kind Julia nennen? Ich glaube, Julia fände ich tatsächlich ein bisschen zu basic. Ich würde sie nicht Julia nennen. Okay, aber findest du den Namen Julia grundsätzlich schön? Ja. Unabhängig von basic? Okay. Ich finde den Namen Josef nämlich auch schön. Ja, würdest du dein Kind Josef nennen? Ich finde, Josef ist wirklich ein süßer Name. Ich mag den, ja. Ich würde mein Kind nicht Josef nennen, weil du Josef heißt und ich schon Josef in meinem Leben habe. Aber es wäre mega weird, wenn ich mein Kind Josef nennen würde. Boah, ich fände es voll schön, Julia. Überleg mal. Boah, stell mal vor. Nee, auf keinen Fall. Ja, aber ich will ja kein Kind. Sonst hätte ich gesagt, dann nenne ich es vielleicht irgendwie... Mit Zweitnamen, Julia. ...Julie oder so. Oh, so eine Adaption zu meinem Namen. Oh, das wäre ja total süß. Naja, du willst halt kein Kind, ne? Das Problem ist, wenn du einen Sohn hast, der Josef heißt, dann wird am Anfang, wenn er noch keine Möglichkeit hat, selbst Entscheidungen zu treffen, hier genannt werden will, wird er verniedlicht Josi heißen. Und das war nicht schön als Kind. Ich war Josi. Niemals wird das meinem Kind passieren. Also wenn mein Kind Josef heißen würde, dann würde mein Kind von niemandem auf dieser Welt Josi genannt werden, weil das ist grauenvoll. Ja, ne? Nee. Josefine zum Beispiel, auch ganz schrecklicher Name. Nee, mag ich auch nicht. Okay, wir sollten jetzt aufhören mit Namen bashen. Ihr seid bestimmt alles tolle Menschen. Ihr könnt nichts für eure Namen. Das ist obviously komplett subjektiv hier, Leute. Legt bitte keinen Wert darauf, dass wir das sagen. Nehmt es mit Humor. Wir meinen es nicht ernst. Ja, natürlich meinen wir es nicht ernst. Also, ja, gut. Außer bei Leonie. Ja. Okay, Julia. Ich habe lange überlegt, ob ich es jetzt sage oder nicht, weil ich kann es irgendwie nicht so verpacken, dass es irgendwie noch charmant ist. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen unangenehm, aber ... Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Ich war gestern zum ersten Mal in meinem Leben bei einer Talkshow. Das Ding ist, ich hatte noch ... Also, ein Talkshow funktioniert so, und das wusste ich vorher nicht, weil ich jetzt nicht so viele Talkshows geguckt habe bisher, dass meistens die Gäste nacheinander reden. Also, es ist nicht so, es gibt ein übergeordnetes Thema und dann sprechen alle quasi so durcheinander bei so traditionellen Talkshows, sondern es gibt immer ein ... Es gibt mehrere Gäste, die alle ein bestimmtes Thema mitbringen. Hast du noch nie eine Talkshow geguckt, ganz kurz? Ja, selten halt. Ja. Und wenn, dann war das halt eher so was Politisches, wo alle so durcheinander gequatscht haben und sich niemand ausleben lassen hat. Da kriege ich übrigens ... Also, das finde ich so schlimm, ne? Da willst du den Fernseher schlagen, ne? Ja. Also, wirklich, das kann ich mir nicht angucken. Wolfgang guckt das ja manchmal zum Einschlafen. Ich werde da so aggressiv. Wenn die Leute sich nicht ausreden lassen, das kann ich nicht gucken. Kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das so eine Talkshow, wo ich gestern war, wo jeder Gast quasi erstmal sein Thema gesagt hat und manchmal konnte man da ein bisschen was dazu sagen, aber grundsätzlich hat man als anderer Gast die Klappe gehalten. Ja, ganz kurz. Aber ich war auch schon mal in dieser Talkshow. Das war auch bei mir die erste Talkshow, in der ich jemals war. Diese Talkshow. Ich war bei mir absolute Katastrophe. War richtig unangenehm. Warst du dann jemand, der sich dann, der auch mal eine Frage gestellt hat? Hast du dich das getraut? Nee. Aber ich wurde dann ... Ich mich auch nicht. Ja, aber alter Julia, ich war voll aufgeregt. Das war so die erste Talkshow. Ja, ich nämlich auch. Ich war so klein mit Hut. Und ich kannte ja auch die Leute da nicht, also die anderen Gäste. Ich habe die noch nie vorher gesehen und so. Man war nicht so warm. Man wusste nicht, kann man jetzt hier irgendwie auch mal einen kecken, frechen Witz machen. Das war halt angespannt einfach. Natürlich stelle ich da nicht einfach so jetzt noch eine Frage, weißt du? Ja, aber machen ja viele. Ja. Sollste ja auch. Ich fand das auch ganz schlimm, als das jemand bei mir gemacht hat. Wenn ich so in dieser ... Wenn ich gerade dran war und dann irgendjemand aus der Runde plötzlich so eine Zwischenfrage gestellt hat, das hat mich so rausgebracht immer. Ich fand das ganz schrecklich. Ich dachte mir so, lass mich nur, guck mich nicht an. Ich konnte gerade mal sprechen, ohne dass meine Oberlippe gezuckt hat. Jetzt hast du mich wieder rausgebracht hier. Genau. Ja. Nee. Das Schlimme für mich war, ich war der Dritte von vier Gästen. Und ich musste quasi ... Es waren nur vier Gäste? Ja, normalerweise sind es nur drei dort. Hä? Ja. Dann warst du bei einem anderen als ich. Hä, wie viele Gäste hattest du denn? Also, wie viele war es denn bei dir? Ja, und zwei Moderatoren. Ich glaube, wir waren acht Gäste oder so. Sechs? Sieben? Irgendwie so. Ich glaube, du verwechselst das. Die haben gestern zu mir gesagt, normalerweise sind es immer drei Gäste. Ist ja auch egal. Hör auf jetzt zu googeln. Nervt mich jetzt nicht. Ich war der Dritte von vier und ich musste halt wirklich echt lang warten, bis ich das erste Mal wirklich was gesagt habe. Und das ist ja dann eh schon die ganze Zeit schon so ein ... Ja, vor allen Dingen ... Du setzt dich so unter Druck und wartest, oh, wann kann ich das endlich sagen? Es ist wie so eine Prüfungssituation. Ja, voll, wenn man so am Ende erst dran ist, ne? Richtig schlimm, so am Nachmittag, bei der mündlichen Prüfung. Ja, genau. Und du wartest einfach drauf, dass du endlich die Möglichkeit hast, kein Bullshit zu labern. Und es ist einfach voll der Stress. Voll, es ist absoluter Stress. Und ich musste wirklich ... Also die haben echt krasse Storys gehabt, aber die waren auch lang so. Und ich musste, hab gewartet und gewartet und gewartet. Und du musst dazu wissen, ich hab gerade so ein bisschen entzündete Lippen. Ich hab das manchmal ... Kennst du das, wenn du abends nach dem Duschen merkst, ah, meine Lippen brennen so ein bisschen. Die sind so ein bisschen ... Nein. Nein? Kennst du gar nicht? Ich noch nie. Lippen brennen? Ne. Trocken ja, aber brennen? Doch, ich hab das ... Wenn sie so trocken sind, dass sie brennen, das kenn ich. Ja, aber dann ist es meistens ... Dann brennen sie, weil sie so eingerissen sind. Weil sie trocken sind. Ne, ich hab das so, dass die dann einfach wie so ein ... Keine Ahnung, wenn so ein Kind so einen bunten Arsch hat, wo du Pinatencreme drauf schmieren musst. So, weißt du, einfach so gerötet. Ja, und das ist bei meinen Lippen dann. Also ich hab dann einfach so ... Die sind dann auch roter als sonst. Die sind dann so richtig ... Die strahlen richtig rot. Ja. Und normalerweise ist das dann aber nur abends ein Thema. Dann mach ich dann abends quasi über Nacht Bepanthencreme drauf und dann am nächsten Morgen geht's wieder. Aber das hab ich jetzt schon seit ein paar Tagen. Julia, ich check grad ihre Lippen. Und nach ein paar Tagen geht's dann auch wieder. Oft hab ich das auch, bevor ich krank werde. Aber gerade sieht's ganz gut aus. Auf jeden Fall hab ich, als ich in diesem Moment saß, wo ich auf die Leute warten musste ... Als du in diesem Moment saßt? Nein, als ich da saß und einfach die ganze Zeit in diesem Moment war, auf diese Leute zu warten, beziehungsweise zu warten, bis ich dran bin, hab ich gemerkt, scheiße, meine Lippen fangen jetzt gerade an, irgendwie wund zu werden. Die sind super trocken. Ich muss andauernd die mit meiner Zunge anlecken, damit die überhaupt so halbwegs noch feucht sind. Dann hab ich andauernd auch an meinem Wasser genippt. Und das hat mich so nervös gemacht, Julia, weil ich mich dann voll auf meine Lippen fokussiert habe. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, diese Talkshow zu sehen, weil du wirst ja bestimmt auch ein paar Mal eingeblendet zwischendurch. Da sieht man dich wahrscheinlich die ganze Zeit Lippen lecken, Wasser nippt und so durch die Gegend gucken. Die ganze Zeit so, wie ich meine Zunge so zwischen meine komplett futztrocknen Lippen so ziehe. Das wird bestimmt voll unangenehm aussehen. Auf jeden Fall, kennst du das vielleicht auch ... Oh, jetzt muss ich irgendwie gerade Lippenbalsam benutzen. Sorry. Oh, du gehst mir voll auf die Nerven, ey. Ja, sorry, aber das ist so ein Tick jetzt gerade. Ich find die nicht mal. Erzähl einfach weiter. Nee, ich kann nicht weiter erzählen. Ich möchte, dass du mir zuhörst. Das geht mir voll auf den Sack hier. Ja, okay, dann befeuchte ich meine Lippen halt später. Echt jetzt? Ja. Julia, befeuchte jetzt deine Lippen. Es geht nicht, ich seh das da. Danke. André, musst du meine Storys unterbrechen, du blöde Kuh. Lippe ist befeuchtet. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, wenn du lange nichts gegessen oder getrunken hast, kennst du das, wenn du in den Mundwinkeln dann so ein bisschen so wie so Ablagerung hast? Ja, so ein bisschen weiß. Das ist mein Albtraum, Julia. Wenn ich das bei mir irgendwann bemerken sollte, dann würde ich schreien. Also ich hab das auch schon ab und zu mal gehabt natürlich. Ich hab das andauernd. Ich finde das ganz, ganz eklig. Und ich hab da so eine Phobie davor, dass ich das habe und das andere das bei mir sehen können. Kann ich voll nachvollziehen. Ich hab das andauernd bei Frühling. Ja, weil das passiert halt, wenn du lange nichts trinkst oder so, ne? Keine Ahnung. Ich glaub, ich dachte immer, bei mir ist das wegen dem Make-up, was die mir da drauf klatschen. Aber ich geh grad auch vor den Tick, ne? Ich muss jetzt gerade... Ja, ne? Ich geh auch immer mit meinen Fingernägeln, geh ich dann so da lang, damit das alles abgeschabt wird. Okay, erzähl deine Story weiter. Sorry. Also Leute, das geht jetzt leider ein bisschen in eine eklige Richtung. Auf jeden Fall hab ich dann zu diesem, also als ich dann bemerkt hab, meine Lippen werden trocken, hab ich dann auch noch diesen Tick bekommen von wegen, oh scheiße, hoffentlich ist dann mein Mundwinkel nichts da, so andere Rückständen. Und hab dann auch die ganze Zeit meine Mundwinkel da bearbeitet währenddessen. Am besten holst du noch schnell deinen Handspiegel raus. Ja, und dann dachte ich so, komm, als ich dran war, ne? Okay, du hast jetzt die letzten, die letzte halbe Stunde hast du echt oft gecheckt, deine Lippen ganz oft befeuchtet, du hast deine Mundwinkel gecheckt, es wird schon jetzt alles gut sein. Und dann hab ich aber auch gedacht, so jetzt lässt du deine Lippen aber auch mal in Ruhe und konzentrierst dich auf das, was du sagst. Und Julia, das hab ich gemacht, Lippen ausgeblendet und danach ist mir aufgefallen, dass wie so ein bisschen Kruste auf meinen Lippen ist. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich einfach, weil die jetzt so trocken sind oder so. Das ist einfach so, weil ich spröde Lippen habe. Aber dann geh ich da so ein bisschen so drüber und merke, dass sich das löst. Und dann hab ich, ich habe irgendwie so wahrscheinlich so komische Rückstände, wie man auch in den Mundwinkeln hat, um meine ganzen Lippen drumherum gehabt, weil die so entzündet waren. Oh mein Gott. Ich habe das dann gecheckt. Ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, weil ich dachte, ich muss ja so Panne ausgesehen haben. Gerade auch, als ich geredet habe. Hä, aber hast du dich danach nicht im Spiegel gesehen? Nee. Danach war ja noch jemand dran. Wir waren ja vier und ich war der dritte. Und dann hab ich nur gemerkt. Aber das ist ja da geblieben, oder nicht? Nee, ich hab das ja dann mit meinen Zähnen so ein bisschen so abgekratzt und hab gemerkt, es geht ab. Weißt du? Oh, ich will gar nicht wissen, wie das aussah. Und das Schlimme ist, ich hatte so eine Situation schon mal bei meinem Finanzberater. Wir waren einen Tag vorher, waren wir wandern und es hat auf einmal übelst krass die Sonne geschienen, sodass ich wie so ein bisschen Sonnenbrand auf meinen Lippen bekommen habe. Und es hat sich dann meine Lippe so ein bisschen gepellt. Weißt du, es war so einfach so Haut, die da so abging. Ja. Und ich hab das nicht gerafft, während ich anderthalb Stunden mit dem telefoniert habe. Und dann geh ich danach, als diese Termin vorbei war, geh ich aufs Klo, guck mich im Spiegel an, weil ich hätte fast gekotzt. Das war so schlimm. Weil einfach so, ich so quasi diese krustigen Rückstände auf meiner Lippe hatte. Aber du hast mit dem telefoniert? Nein, ich war bei dem vor Ort und bin dort dann aufs Klo gegangen. Warum hast du denn gerade telefoniert gesagt? Habe ich telefoniert gesagt? Ja. Oh, sorry. Da bin ich jetzt bescheuert. Doch, ich glaube, du hast gerade gesagt, als ich mit dem telefoniert habe. Nee, als ich mit dem gequatscht habe, meinte ich. Sorry, da habe ich versprochen. Und normalerweise, ich achte da so doll drauf. Es ist ja nicht so, dass man das oft bei mir sieht. Nö, gar nicht. Aber in den unangenehmsten Momenten passiert es dann doch. Ich glaube, ich hatte gestern während dieser Aufnahme, während auch noch Close-Ups auf mein Gesicht waren, als ich meine Story erzählt habe, hatte ich so richtig eklige Kruste um meine Lippe rundherum. Das Gute ist, bei dieser Talkshow ist halt auch so der ganze Raum so dunkel und so ein bisschen lila angeleuchtet. Und man ist in so einem richtig harten Licht. Und dann ist auch noch so dieses, kennst du dieses öffentlich-rechtlichen 4K? Ja, das ist so ein bisschen so. Das ist so richtig krosselig und du siehst jede Pore. Ja, genau. So extra scharf ist das, ne? So extra scharf, ja. Das wird halt alles extra scharf sein, ne? Ich hoffe, ich habe es mir nur eingebildet, ey. Ich hoffe, dass... Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, bei dir, dass du es dir nur eingebildet hast. Aber wirklich so, ja, es war so... Guck mal, Alina, unsere Managerin, die war ja auch dabei. Ja. Die hat doch auf dem... Normalerweise bist du dann doch in diesen Backstage-Räumen und guckst dir diese Talkshow dann währenddessen da auf dem Bildschirm an. Ja, die hat das gesehen. Ja, hat die was gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, aber die meinte zu mir, dass es gar keine Close-Up von mir gab, während ich erzählt habe, wo ich dachte, Alina, hast du vielleicht auch einfach mal auf dein Handy geguckt in der Zeit? So weißt du. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Also, keine Ahnung. Ich glaube eigentlich, Alina, aber ich weiß nicht. Ich bin heute Nacht aufgewacht, Julia. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Ach du Scheiße, das ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Ja, okay, du hast wirklich einen richtigen Ick, was das angeht. Oh ja, ey, so schlimm. Aber egal. Vielleicht bilde ich es mir auf alles nur ein und am Ende sieht alles ganz normal aus. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie da irgendwas auf meinen Lippen war und ich dachte so, um Gottes Willen, warum habt ihr mir nicht so ein bisschen Lippenbalsam vorher drauf gemacht? Warum hast du dir das nicht selber gemacht? Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Scheiße. Nächstes Mal dann. Bei meiner nächsten Talkshow habe ich so richtig dicke Lippenbloss einfach drauf. Lippgloss aber auch, nicht Lippbalsam. Oder so eine fette, so Kaufmannskindercreme mit so weißen Rückständen dann, aber nicht von so Schuppen, sondern von der Creme. Ganz ehrlich, wenn es ganz schlimm ist, dass meine Lippen entzündet sind, mache ich mir auch Penatencreme, die ist ja auch weiß. Mache ich mir Penatencreme komplett über die Lippen und wenn ich morgens aufwache, sehe ich aus wie eine Leiche. Alles weiß ist. Ja, vor allen Dingen, die ist dann am nächsten Morgen immer so in den Lippenfalten drinnen. Ja. Du musst dann immer so richtig rubbeln, damit das Zeug wieder rausgeht. Ja, ja, voll, weil das auch so ein bisschen antrocknet irgendwie. Ist richtig eklig am nächsten Morgen. Ja, aber meistens bringt mir das. Ich glaube, das bringt auch gar nichts, aber man macht es irgendwie trotzdem, ne? Aber dieses Kaufmanns-Babycreme ist ja auch voll das Ding. Habe ich noch nie benutzt. Ich bin immer Penaten oder Bepanthenen. Kaufmannskindercreme, Kaufmannskindercreme, ja. Ich glaube, die sollte man auch nicht benutzen. Also ich kann jetzt, es ist wieder gefährliches Halbwissen, aber früher, hat mir immer jeder gesagt, dass das so ist wie so ein klassischer Labello. Wenn du das benutzt, dann macht es halt nur süchtig, weißt du? Da ist irgendwas drin, das befeuchtet dann zwar, aber es ist nicht so nachhaltig befeuchtend im Sinne von, also wenn du so, es gibt ja auch Lipbalms, die sind halt so natürlich und es gibt welche, die sind jetzt nicht komplett natürlich und die nicht natürlichen, das ist halt eigentlich so ein Suchtding. Da bist du nachher einfach nur süchtig und musst die ganze Zeit nur Lippenbalsam nehmen, sonst hast du mega trockene Lippen. Ich glaube, das war bei dieser Kaufmanns-Haut- und-Kindercreme. Irgendwie so hieß die. Ist das so? Ja. Ich schwöre ja wirklich auf Bepanthenen überall. Ja, ich mache auch immer, Rund- und Heilsalbe ist the way to go, mal überall. Ja. Aber gibt es ja auch verschiedene, kannst ja auch quasi so diese rote Beta-Isodona, hatten wir ja schon mal was davon. Ja gut, aber das ist ja keine Rund- und Heilsalbe. Was? Nee? Nee. Nee, das ist so eine Desinfektionssalbe, ne? Ja. So eine Jodsalbe. Das schmierst du dir bitte nicht auf die Lippen, Joey. Aber dann sind sie noch röter. Ja, das stimmt. Sieht aus, als hätte ich wie so ein kleines Kind, was Nudeln mit Tomatensauce gegessen hat. Ja, oder wie so ein Kannibale, der gerade irgendwie, weiß ich nicht, was gemacht hat. Das ist doch so voll die blutige Creme. Das sieht doch aus wie so ekliges Blut, so dunkel. Oder als hättest du gerade bei einer Frau ihre Tage... Julia, schluss jetzt hier. Schluss mit lustig, jetzt wird es eklig hier. Okay, aber wo wir gerade schon bei diesem Thema sind. Hast du noch was, was du sagen willst? Ja, ich habe eigentlich noch mehr. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen muss, weil das kann ich nicht auf nächste Woche verschieben, ist ein kleines Follow-up zum Thema Eis. Weil da haben wir wieder eine ganz schöne Diskussion ausgelöst, Julia. Mhm. Bist du ready? Ich bin ready. Hä, was haben wir gemacht? Worüber haben wir geredet? Wann haben wir über Eis geredet? Ich habe dich in den knackigen Fragen gefragt, wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Ah, true. Ja, okay. Und da sind wir uns beide ja einig gewesen, dass du ein Joghurt-Eis bist. Aber unter der Prämisse, dass da noch so Fruchtswurls drin sind. Du warst am Ende des Tages ein Joghurt-Eis mit Beeren, Beeren-Swurls drin. Ja. Haben viele Leute widersprochen, oder was? Nee, bei dir war das so, also du hast in dem Kosmos stattgefunden, aber wir haben uns bei mir ja auf Kokos geeinigt. Und das fanden die Leute gar nicht lustig. Echt jetzt? Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ich fand's so krass, weil mir haben wirklich gebündelt fast alle Menschen, die mir zu diesem Thema geschrieben haben, gesagt, dass ich 100% Mango bin. Ich wäre 100% Mango-Eis. Ja. Mango passt besser als Kokos. Ja. Aber Mango-Sorbet wärst du. Aber ist Mango so eine gängige Sorte überhaupt für so eine Eiskugel? Das hab ich gar nicht so im Kopf. Ich hab mir noch nie ein Mango-Eis bestellt. Kokos auch nicht. Nee? Nein. Also in so einer klassischen Eisdiele, wie früher der Eiswagen bei uns durch die Gegend gefahren ist, gibt's auf jeden Fall weder Kokos noch Mango-Eis. Aber einen Waldmeister gibt's da, ne? Ja, einen Waldmeister und Regenbogen oder Schlumpf. Das gibt's da. Iiii, das war ja das ekehafteste von allen. Ja, aber irgendwie auch geil. Oder Kaugummi gab's auch. Iiii, ja. Aber das mit dem Mango-Eis kann ich absolut. Und du wärst aber ein Mango-Sorbet und das ist absolut positiv. Okay, gut. Das ist positiv, ja? Ja, das ist positiv. Definitiv positiv. Pass auf, mir hat die Tochter einer Eisdielen-Besitzerin, hat mir eine Nachricht geschrieben, die fand ich ganz witzig, die lese ich dir jetzt mal kurz vor. Hallo ihr Lieben, ich muss jetzt mal eingreifen. Meine Mutter hat ein Eiskaffee, in welchem ich arbeite und euer Eistalk muss einmal überarbeitet werden. Joghurtpur ist eine unübliche Sorte. Das gibt es meistens mit irgendwas durchzogen, in Klammern Kirsch, Erdbeer, Mango etc. Diese Joghurtsorten sind nach Vanille und Cookies die bestgehendsten Sorten und werden wirklich von jeder Altersgruppe gegessen. Also Julia ist gar nicht unüblich. Ach krass. Hä? Aber bei uns gab's immer plain Joghurteis. Du konntest immer, auch bei diesem Eiswagen früher, es gab immer Joghurt. Ja, denke ich nämlich auch. Also so hab ich das auch im Kopf. Das ist keine richtige Quelle. Sie schiebt aber auch weiter. Jeder mag Amarena Kirsch. Julia isst aber ganz klar Joghurte. Es ist nicht zu langweilig, aber trotzdem basic. Und du bist ganz Klamango. Auch sehr viele junge Menschen kommen Eisbecher essen. Auch ohne Oma, Opa, Mama und Papa. Ich glaub, sie hat sich ein bisschen angegriffen gefühlt. Ich fühl mich gerade angegriffen, dass sie sagt, ich bin, äh, was hat sie gesagt? Du bist Joghurte, weil das ist nicht zu langweilig, aber auch trotzdem basic. Ja, nicht zu langweilig, aber basic. Wow, dankeschön. Ja gut, aber ist ja prinzipiell nichts Schlimmes. Die Frage ist jetzt halt wirklich, ob die, ähm, ob das so eine, ob das, ob sie den Durchschnitt bildet mit dem, was sie sagt? Ich glaube nicht. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, weil ich kenn niemanden, der Amarena Kirsch nimmt. Und ich kenne jede Eisdiele, die Joghurteis führt. Aber wirklich dieses weiße Joghurteis ohne irgendein Schnulli noch drin, ne? Ja. Okay. Also mittlerweile vielleicht nicht mehr, weil mittlerweile alle so fancy Eissorten wie Snickers, Cookies und Cream und keine Ahnung was haben wollen. Aber wenn du so einen klassischen, in so eine klassische Eisdiele gehst, gibt's immer Joghurteis. Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel Joghuretteis hab ich auch noch nicht gesehen. Doch, das hab ich auch schon mal gesehen, aber... Ich hab mal ein Bounty-Eis gesehen, aber Joghurte? Joghurte? Doch, Joghurte hab ich auch schon mal gesehen, aber auch super selten und schmeckt auch scheiße, find ich. Also hat mir gar nicht geschmeckt. Ja, okay. Ja. Tja, Zoe, wir sind nicht einig mit dir. Nee, sorry, Zoe. Irgendwie nicht. Die hat bestimmt so eine fancy Eisdiele, die Mama. Ja, ich glaub auch, das ist eine besondere. Wo diese Eissorten so auch nicht so normal da so drin sind, sondern so geschwungen so nach oben gehen, weißt du? Uh, find ich aber cool, um ehrlich zu sein. Ist total cool, aber genau diese Eisdiele haben dann immer diese fancy Sorten. Ich finde, das Eis schmeckt direkt besser, wenn das nicht von so einer herkömmlichen, von so einem Instrument kommt, was so geformt ist, um eine Kugel zu bilden, sondern wenn das so ein, wie so ein Stab, so ein Schaber ist, weißt du, womit die das rausholen, dann fühlt sich das so raw und rich. Ja, das ist irgendwie geiler dann, ne? Also jetzt nicht rich im Sinne von reich Geld, sondern rich im Sinne von so vollmundiger ist das dann irgendwie. Ja. Aber ich glaube, das liegt daran, dass diese Eisdiele, die so einen Schaber benutzen, haben auch einfach das bessere Eis. Meinst du, das liegt daran? So ab einer bestimmten Qualität von Eis hast du dann den Schaber und nicht mehr dieses Kugelding? Ja, safe. Okay, krasse Theorie. Okay, komm, Julia, lass uns knackige Fragen abarbeiten. Ich bin ready für knackige Fragen. Ich habe ein bisschen was für dich vorbereitet. Ich muss aber hier schon mal sagen, dass wir, glaube ich, nicht alle knackigen Fragen machen können, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe, weil ich gestern, das kann ich kurz noch erzählen, ich hatte gestern wirklich den unangenehmsten Tag meines Lebens am Set. Es war so schlimm, weil ich das erste Mal, seit ich schauspielere, dass ich Struggle mit meinem Text hatte und zwar so, dass es alle betroffen und auch abgefuckt hat. Weil ich musste gestern so eine wirklich harte Szene spielen über häusliche Gewalt und da habe ich über so eine Studio gesprochen über häusliche Gewalt eben und ich lerne meinen Text halt normalerweise immer so, dass ich zwar genau weiß, was ich sagen muss, aber die Wörter, die suche ich mir trotzdem halt so selber, dass es sich für mich richtig anfühlt, weißt du? Und natürlich, ne? Genau, und natürlich. Und normalerweise ist es auch immer vollkommen okay, aber in der Situation war es verständlicherweise ein bisschen schwieriger, weil ich halt eine Studie zitiert habe. Scheiße. So. Und du hast aus der Studie immer Müll gemacht, oder wie? Ich habe aus der Studie immer so Müll gemacht, ich schwöre. Das war wirklich so peinlich. Ich habe, also ist überhaupt kein witziges Thema so, aber grundsätzlich habe ich irgendwie jeder dritte deutsche Mann in einer Beziehung in Deutschland, ach, jeder dritte junge Mann in Deutschland, das war wirklich so schlimm, ich habe immer wieder irgendein Kackwort, was total wichtig war, vergessen. Dementsprechend hatten wir im Endeffekt 30 Minuten Drehende Verzug. Oh, scheiße. Weil ich immer wieder neu ansetzen musste und die halt wirklich wollten, dass ich jeden Satz exakt genau so sage, wie es da steht, aber auch an unnötigen Stellen, muss ich sagen. Also auch an Stellen, wo ich so dachte, Leute, ernsthaft? Ja, ja. So, ob ich jetzt das dritte Mal in dem Satz junge Frau sage oder dann nur noch Frau, ist wirklich egal, aber okay. War trotzdem mein Fehler. Und deswegen war gestern wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Ich bin sowas von klein mit Hut da rausgegangen. Das war so peinlich, weil ich auch so nur noch in den Gesichtern so gesehen habe, dass alle sich so dachten, boah, Alter, ich hatte einen Job. Also ist mir wirklich noch nie passiert. Normalerweise bin ich mir auch richtig gut vorbereitet. Und deswegen musst du heute ordentlich dich ransetzen und lernen, oder wie? Exakt. Ich muss noch echt dolle Text lernen, weil ich habe morgen wieder so einen richtig krassen Packen an Text, den ich sagen muss. Und ich muss wieder von einer Studie zitieren. Ich habe keine Ahnung, warum ich in diesem Film so oft Studien zitiere. Ganz schlimm. Diesmal geht es um Leben nach dem Tod. Auch irgendwie komplett absurd. Ich weiß nicht, was mit meiner Rolle auf einmal los ist, aber die geht in irgendwelche komischen Verschwörungsrichtungen. Ganz ruhig. Auf jeden Fall sehr spirituell. Ja, definitiv. Und deswegen habe ich leider nicht so viel Zeit, weil das soll mir nie wieder passieren. Okay, verstehe ich. Ja, okay. Fangen wir bei deinem an, oder? Aber ein paar knackige Fragen können wir noch beantworten, nehme ich an. Ja. Ja, Joey. Ja, ja. Er ist eine 10 von 10, aber er bestellt regelmäßig nichts und will dann bei dem mitessen. Wie stehst du dazu? Boah. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch jemand, den ich daten würde, der würde sowas nicht machen. Okay, aber also generell, wie findest du das? Ist das was, wo du sagst, es gibt ja solche und solche Menschen, die dann einerseits, also manche Menschen geben ja gerne dann was ab und denen ist das egal. Nee, nee, ich empfinde schon sehr schnell Futterneid, muss ich sagen. Hä, wie Futterneid? Im Sinne von … Ich gebe nicht gerne ab von meinem Essen, das ist meins und ich habe mir das so in meinem Kopf, weiß ich, dass ich das jetzt essen will und dann brauche ich das auch und wenn dann jemand da was rumfrisst dran, dann werde ich sauer. Dann macht mich das aggressiv. Du willst das auch in der Konstellation und in der Menge auch essen dann, ne? Ja, natürlich. Ich hasse das, selbst wenn jemand bei mir nur probiert. Wenn ich mir sechs Nuggets, wenn ich mir sechs Chili-Cheese-Nuggets bestellt habe, dann will ich auch in der Zeitspanne, in der ich mir das überlegt habe, diese sechs Nuggets essen. Ich hasse das, wenn dann jemand ein Nugget von mir haben will. Ich kann nur tauschen. Abgeben ist schwierig. Bei mir ist das ja auch immer so der Struggle, weil ich ja Vegetarier bin. Ja, ach so. Also pass auf, einerseits möchte ich kein Fleisch essen, andererseits möchte ich mich ja sehr proteinreich ernähren, weil ich ja auch viel Sport mache, Muskelaufkaufgabe, bla bla bla. Das ist ja rein pflanzlich schon etwas schwieriger, als wenn du einfach dein Fleisch die ganze Zeit fressen könntest, ne? So, da musst du auch so ein bisschen drauf achten, welche pflanzlichen Proteine kombinierst du, damit du auf die Wertigkeit der Proteine kommst, bla bla bla. Und wenn ich dann irgendwie mit anderen Leuten essen bin, die dann auch noch Fleisch essen und dann auch noch Tapas wir bestellen und dann ist da so diese, da gibt es nur von so, keine Ahnung, sagen wir es sind acht kleine Sachen, die bestellt werden für alle, aber nur zwei von diesen acht sind proteinreich. Und dann sehe ich, wie alle so, ohne an mich zu denken, einfach die Proteine wegfressen. Boah, werde ich da aggressiv, weil ich will die doch auch. Ja, das finde ich ganz schlimm. Hey, aber dann bestell dir doch einfach mehr. Also du bist generell niemand für so Shared Food. Ja, weil, wenn ich dann mehr davon bestelle, dann ist das ja dann wieder was, was ich teilen muss, weißt du? Ich will doch aber nur auf meine Proteine kommen. Ey, kann ich absolut relaten. Ich hatte gestern erst so eine Situation. Ich war gestern essen und wir haben uns so zu zweit so einen großen Teller bestellt. Also wir haben quasi dasselbe gegessen und die Beilagen waren dann irgendwie so, also die Beilagen waren zum Beispiel so Bohnen und Kartoffeln und so ein Kram. Das war alles zusammen auf einem Teller so. Ja. Und wir haben aber jeder so einen einzelnen Teller bekommen, haben aber beide einfach nur die ganze Zeit von diesem einen Teller in der Mitte gegessen so. Und ich liebe diese Bohnen. Ich liebe diese, kennst du diese, ich weiß, sind das Brechbohnen? Keine Ahnung. Diese langen Prinzessbohnen? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall unnormal geil. So wollte ich haben. Ich habe gesagt, ich will die Bohnen. Und der ist die ganze Zeit am Bohnenpicken und am Bohnenfressen. Und ich habe voll wenige Bohnen bekommen. Ich bin so aggressiv geworden. Irgendwann ich dachte mir so, Junge, hör auf, Bohnen zu essen. Du wolltest deinen scheiß Grigemüse. Ich will Bohnen. Ja. Weißt du? Ja, stressig. Ich hasse das. Deswegen, ich teile keine Teller mehr. Komme ich alle am Arsch lecken. Das Ding ist, wenn es rein um Geschmack geht, bin ich nicht so futterneidisch. Es geht mir wirklich rein um die Makronährstoffe. Aber inzwischen denke ich mir wirklich dann auch einfach so, ja, meine Güte, wenn ich nach Hause komme, kann ich mir immer noch einen Proteinshake reinballern, dann komme ich auch auf meine Proteine. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen lockerer geworden. Aber ich muss sagen, Tapas essen ist immer ein bisschen Stresssituation für mich. Und ich werde auch nie satt. Ich gehe immer so Tapas essen, dass jeder sich seine drei Tapas bestellt und dann ist gut. Naja, ich habe das auch schon oft gehabt, dass wirklich wir zusammen entschieden haben, was wir bestellen. Dass quasi jeder mit jeder Sache quasi fein wäre. und dann teilen wir das einfach so quasi auf. Also jeder nimmt sich dann einfach was davon. Jetzt nicht abgezählt oder sowas, aber jeder nimmt von jedem Teller was quasi. Ja. Und ich finde an sich ist das wirklich eine schöne Art zu essen, weil das irgendwie so ein bisschen, ach, du kommst schneller irgendwie auch in Gespräche und es ist so ein, teilen ist auch was Schönes irgendwie, macht auch Spaß, ist gut, glaube ich. Ja, ja voll. Vor allem, wenn man nur so snacken will und so. Aber es ist auch irgendwie in der deutschen Kultur auch einfach überhaupt kein Thema, ne? So, Essen teilen, das gibt es bei uns nicht so. Damit bin ich nicht groß geworden und das machen wir einfach hier nicht. Ne, also das ist halt einfach nicht die deutsche Art zu essen, so in Anführungszeichen. Du gehst ja nur in ein spanisches Restaurant und isst dann Tapas und teilst dir das so. Ja, aber es gibt auch inzwischen viele so asiatische Läden, wo du Tapas essen kannst. Ja, ja. Ja, ne, muss ich, was war die Frage? Ich weiß auch, ja, es ging darum, er bestellt nichts und will dann bei dir mitessen, aber ich wusste, dass das ein Thema aufmachen wird und ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden. Ja, okay. Okay, aber sind wir uns einig? Ja, also, aber. Wenn wir mal zusammen essen gehen, vor allem jetzt würden wir das nie tun, wenn wir zusammen essen gehen, wird immer für sich selber bestellt, ne? Ja, wir haben noch nie geteilt, ne? Wir haben jetzt noch nie wirklich so richtig mal 50-50 aufgeteilt irgendwas zusammen. Ne, also ich mach das, so grundsätzlich teile ich schon gerne, wenn ich so zum Italiener gehe oder so und wir beide Bock auf Pizza und Nudeln haben, dann bestellen wir halt eine Pizza und Nudeln, die passen und dann tauschen wir nach der Hälfte oder teilen uns halt einfach beides so. Das find ich schon ganz geil, so, weil man dann so beide Hunger gestillt hat, aber so, wenn einer einfach von meinem Teller klaut oder meine Bohnen isst, bin ich sauer. Ich find doch, Pizza schmeckt so unglaublich viel besser als Nudeln. Ich würde niemals meine Pizza mit jemandem teilen und gegen Nudeln tauschen. Naja, du kriegst ja beides, wenn du, hä, hast du nie Hunger auf beides mal zwischendurch? Aber ich, guck mal. Ja, stimmt, du hast eh keine Hunger auf Nudeln. Ich bin da eh weird, weil ich esse ganz oft, schmecken mir Dinge einfach besser, wenn ich weiß, dass die Nährstoffe gut darin sind. Das ist ja eh so ein komisches Ding. Ja, ja, ich weiß. Müssen wir nicht weiter, weiter besprechen. Na gut, okay. Wir können über Pizza und Nudeln, glaube ich, nicht so gut reden. Doch, ich bin da viel lockerer geworden. Seitdem ich weiß, wie viel Kohlenhydrate ich essen muss, esse ich richtig viele Nudeln und auch echt viel Pizza im Gegensatz zu vorher. Und schmeckt es dir? Und es schmeckt mir auch, ja. Ja, siehste, du mochtest Nudeln nämlich gar nicht, weil du Nudeln nicht magst. Ja. Ich mochte Nudeln nicht, weil ich dachte, sie sind nicht gut für mich. Und jetzt mag ich sie, weil ich weiß, sie sind gut für mich und ich brauche sie, weil ich sonst gar nicht mal auf meine Kalorien komme. So sieht es nämlich aus. Oh Mann. Naja, aber immerhin bekommst du jetzt endlich in den Genuss von Nudeln, weil Nudeln sind ein Teil. Genau. Liebe Nudeln. Okay, nächste Frage. So, Joey. Ich bin gespannt, was du sagst. Würdest du dich lieber von 50 Bienen stechen lassen? Boah, was ist das denn für mich? Nee, sorry. Oder von einer Schlange beißen? In beiden Fällen musst du innerhalb von zwei Stunden im Krankenhaus versorgt sein, um nicht zu sterben. Ich hatte diese Diskussion gestern und ich war die einzige Person, die gesagt hat, ich würde mich lieber von einer Schlange beißen lassen. Never. Alle anderen waren Team Bienen. Ich bin auch Team Biene. Warum? Ich habe von einer Biene einfach weniger Angst, auch wenn es vielleicht sogar, selbst wenn es mehr weh tun würde, ich habe Angst vor Schlangen. Ich finde die, ich finde... Ja, aber es ist, bei beiden stirbst du. Bei beiden sterbe ich. Ich habe doch gerade gesagt, du hast mir nicht richtig zugehört. Nee, du hast seit zwei Stunden im Krankenhaus. Ja, in beiden Fällen musst du innerhalb von zwei Stunden im Krankenhaus versorgt sein, um nicht daran zu sterben. Ach so, ja. Es ist eine böse Biene. Keine normale. Also der Effekt von deinem Leben ist derselbe. Julia, ich empfehle dir jetzt wirklich nochmal, dir eine Schlangendoku mal anzugucken, um dir darüber bewusst zu werden, was für absurd ekelhafte Tiere Schlangen sind. Und ich bin wirklich ein Tierfreund. Also ich würde jetzt niemals einer Schlange was tun. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, wie so eine Schlange funktioniert als Ganzes, wie die frisst, wie die ihre Opfer tötet, das mit diesem Gift und so und... Oh, das ist so ekelhaft. Ja, manchmal steigere ich mich da so rein, dass mir schlecht wurde. Du bist richtig sauer auf die Schlangen dann, ne? Du bist richtig sauer auf die Spezies-Schlange. Ich frage mich manchmal wirklich, wie, Natur, wie konntest du dieses grausame Wesen erschaffen? Dieses Individuum. Ja, das ist, also wirklich, ich finde Schlangen echt crazy eklig. Nicht so eklig, wie man Insekten eklig findet, weißt du, so wenn das alles so klein ist. Ja, ja, klar. So kleinen Viecher findet man anders eklig als große Tiere. Ja, aber Schlangen in ihrer gesamten Weise, wie sie sind, das ist einfach super suspekt, finde ich. Und deswegen würde ich mich einer Schlange nicht nähern, vor allem wenn die aggressiv ist oder so, was auf gar keinen Fall, ich würde schreiend wegrennen, wie ein kleines Kind. Ja, natürlich würde ich mich der auch nicht nähern wollen, aber ich hätte auch keinen Bock von 50 Bienen am ganzen Körper gestochen zu werden. Ja, aber ich persönlich habe zum Beispiel, es gibt ja so Leute, die haben eine krasse Bienen- oder Wespenphobie und die schreien zum Beispiel direkt, wenn eine Wespe denen zu nahe kommt. Das ist halt auch richtig dumm, wenn du so krass Angst hast, von einer Biene gestochen zu werden, dann fuchtel nicht rum, weil dann wirst du gestochen. Ja, aber das erzähle ich Wolfgang schon seit vielen Jahren und trotzdem kommt er nicht drauf klar, wenn da eine Wespe kommt, da rastet der halt aus. Ja, stimmt. Aber da bin ich zum Beispiel super locker, ich habe gar keinen Schiss vor so Wespen oder sowas. Will ich auch nicht. Und ich wurde auch schon von einer Wespe gestochen, ich wurde sogar schon von einer Hornisse gestochen, das war auch nicht geil, aber das ist nicht... Ja. Und wie war das? Das war, das war doll. Also in dem Moment habe ich mich echt erschrocken und habe so richtig doll meinen Arm weggezuckt, weil ich bin halt beim Hecke schneiden, bin ich in so ein Hornissen-Nest gekommen und dann mein Arm stark quasi in der Hecke drin und da hat die mich dann noch gestochen und dann habe ich den Arm so rausgezogen. Aber tat das doller oder anders weh, als von einer Wespe oder Biene gestochen zu werden? Ja, das tat vor allem länger weh. Das war danach auch noch eine Woche lang, habe ich den dann auch so gespürt, wenn ich da dran gefasst habe oder... Krass. Und der hat auch so ein bisschen gejuckt und so. Also es war schon was anderes. Ja, Hornissen-Stiche sind wesentlich aggressiver als die von Bienen und Wespen. Beziehungsweise, ich glaube, wenn du... Es haben auch viel mehr Menschen eine Hornissen oder Hornissen sind, glaube ich, einfach gefährlicher als Wespen und Bienen, aber ich kann es... Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Eigentlich weiß ich gar nichts. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ob das jetzt wirklich gefährlicher ist. Ich denke mal, das tut ein bisschen mehr weh, weil die Viecher sind ja auch größer. Entsprechend haben sie wahrscheinlich auch irgendwie einen heftigeren Stachel, aber... Trotzdem finde ich die nicht so schlimm. Ich habe einfach nicht so eine panische Angst vor denen. Und bei einer Schlange, ich glaube, bei einer Schlange werde ich sehr schnell nervös. Ich wurde schon mal fast von einer der tödlichsten Schlangen der Welt gebissen. Es war nur ein Gummistiefel. In Australien, oder? Ja. Es war nur ein Gummistiefel zwischen Schlangenzahn und meinem Bein. Nicht dein Ernst? Eine Schlange hat in deinen Gummistiefel gebissen? Ja, eine australische Brown Snake gehört zu den giftigsten Schlangen der Welt. Wenn du dieses Erlebnis aber schon mal hattest, dann kann ich sehr gut verstehen, dass du halt sagst, nee, ich nehme die Bienen. Ja, aber ich fand Schlangen schon immer suspekt, auch schon vorher. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe eine Phobie. Es ist jetzt nicht so, dass ich so Schnappatmung kriege, wenn ich eine Schlange sehe oder sowas. Ich kann mir die auch angucken und bin fasziniert davon. Deswegen, ich gucke ja die Dokus auch zum Einschlafen. Es gibt übrigens jetzt auch gefährliche Schlangen in Australien. Es gibt einen zweiten Teil quasi von der Arte-Doku-Reihe. Das ist ja der Hammer. Kann ich auch empfehlen, haben wir auch schon geguckt. Und ich bin wirklich fasziniert, aber ich finde es trotzdem zu crazy. Das ist einfach, das ist nicht von diesem Planeten, dieses Tier. Okay, na gut. I see. Ich kann da nicht mit dir. Ich werde auf jeden Fall eine Umfrage machen. Aber hattest du schon mal eine Schlangenbegegnung? Ja, ich hatte auch mal so eine Schlange auf meiner Schulter. Aber so ein Zirkus dann oder sowas, ne? So eine gefangene Schlange. Ja, nee, das war auch ganz schrecklich. Das war schon super lange her. Und jetzt würde ich das auch niemals wieder machen. Aber damals war ich, glaube ich, irgendwie 15 oder so. Da war auf irgendeinem Event, wo ich war, hatten die halt so eine Schlange. Und dann konntest du die so über den Arm so nehmen. Wie so ein Spielzeug. Ja, das war schrecklich. Schlimm. Bin auch nicht stolz drauf, dass ich es gemacht habe. Aber I wouldn't do it again. Ja, wir machen alle Fehler. Das stimmt. Den Fehler mache ich aber nicht nochmal. So, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir die Folge. Oh, nee. Doch, Joey, wir müssen sie jetzt beenden. Nee, Joey, wirklich nicht. Aber noch eine kleine. Ganz ehrlich, ich muss noch so viel Text lernen. Ich werde mich umbringen. Es ist jetzt 20.30 Uhr. Ich werde um 7 Uhr wieder abgeholt. Ich muss noch so einen scheiß Batzen Text lernen. Ich habe drei richtig fette Szenen morgen. Das geht gar nicht. Ich werde da wieder stehen und alle abfacken. Ich sage es dir. Ich habe auch eben meinen Hund abgeholt von der Hundesitterin. Und habe sie einfach quasi neben mich gelegt. Und habe dann angefangen mit Podcast. Weil ich keine Zeit hatte, mich um sie zu kümmern. Sie brauchte auch meine Aufmerksamkeit. Außerdem haben wir beide morgen einen Call zusammen. Nach meinem Dreh. Und wenn ich da zu spät komme, wäre auch doof für dich. Du warst, kommst du auf die Tour. Ja, und ich würde zu spät kommen, wenn ich meinen Text wieder nicht kann. Sorry, dass du deine Termine zu eng taktest. Excuse me. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Egal, ignorieren wir das jetzt. Lass auf jeden Fall. Sorry, es tut mir leid. I need to go. Ja. Kein Problem. Es war eine sehr schöne Folge, Julia. Ich hoffe, warte mal. Dieses mit meiner krustigen Lippe, war das zu eklig? Müssen wir das vielleicht rausschneiden? Nein. Das war wenigstens real, ne? Wir haben schon über wesentlich ekelhaftere Dinge geredet als darüber. Aber weißt du, Julia, es ist mir wirklich unangenehm. Und ich bereue es so ein bisschen, dass ich es erzählt habe. Ja, vor allen Dingen wird halt jeder jetzt drauf achten, wenn diese Talkshow rauskommt. Aber egal, wir freuen uns da alle extrem drauf. Nee, die Talkshow, das dauert noch so lange, bis die rauskommt. Dann ist alle wieder vergessen, zum Glück. Bestimmt. Hoffentlich. Julia, ich hab dich lieb. Ich wünsche dir morgen ganz, ganz viel Glück, dass du deinen Text behältst im Kopf. Danke. Und hab einen schönen Abend. Ja, werde ich haben, alleine mit meinem Text in meinem Bett. Ich hab dich auch lieb. Hab du einen schöneren Abend, bitte, als ich. Danke, ich werde es versuchen. Okay. Tschö. Tschüss.